Hallo, ich bin der GameBob und herzlich willkommen zu Let's Play Stonkey Teil 8 Versuch 4 oder so, nee, 5. Ja, wie man schon am Namen erkennt, da ist irgendwas schiefgegangen und ja, es ist was schiefgegangen. Ich habe krampfhaft viermal versucht, das aufzunehmen. Es hat nicht einmal funktioniert. Wie ich herausgefunden habe, liegt es anscheinend an der F12-Taste. Die geht einfach im Freien, nur irgendwie im Markt gespielt die auf einmal nicht mehr. So. Was habe ich denn an Zeug? Ich habe so oft gespielt, ich kann mir immer noch nicht merken, wie viel Zeug ich jetzt eigentlich habe. Zwei, zwei müsste ich. 25, jojo, das sieht ganz gut aus. Ja, wir sind da, wo wir es letztendlich aufgehört haben. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Spielstand lade, denn ich mache immer einen Spielstand am Anfang von einem Teil, den ich aufnehme. Ich bin gerade zu weit gegangen. Ja, das ist etwas gewöhnungsbedürftig. So. Jetzt machen wir uns mal an das Vieh. Aber wir gehen von der anderen Seite her, denn hier liegt noch Zeug, was wir das letzte Mal nicht haben sehen können, weil da noch diese Fläche überflutet war, zum Beispiel Pilze. Ich weiß nicht, was für Pilze es sind, aber... Magic Mushrooms, ich habe es gewusst. Jetzt mache ich mich nämlich an das, wo ich das letzte Mal so tierisch gefailt habe. Das kann ich ersetzen, weil ich habe irgendeinen Start-Safe-Game. Da bräuchte ich jetzt das dafür. Und ich habe mich noch, es hat mich wirklich zu beendet. Das ist das, was ich jetzt wieder. Und man merkt, hm, Moment, das Viech kommt nahe her, macht aber kein Schaden, ja, das liegt ganz einfach daran, äh, wollen wir denn die Messe rumlegen, da, das liegt einfach daran, dass wenn man sich dreht, äh, in dem Moment, wo man sich dreht und der Gegner noch, man kann auch durch den Gegner durchrennen. Man, ich sage das nicht, um, noch ein, nicht mehr, nein, 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 ich sage das nicht, Er will mich beärgern. Da, so einfach ist der Gegner. Man braucht nur die richtige Taktik. Ich habe jetzt nur ein Messer benutzt, weil im letzten Mal habe ich Datenpfeile ausprobiert. Man bekommt ja diese Drachenstatue, die man dann braucht. Ich wusste, dass der Gegner, wenn man weiß, wie man die Gegner zu besiegen hat, ist ja total simpel. Da hinten liegt der restliche Haufen vom Gegner. Warum ich hier so komisch rumgehe? Natürlich, um die Karte zu vervollständigen. Hier kann man nämlich... Nein, das war das Nächste. Ich wollte gerade sagen, da kann man nämlich durchgehen. Müsste ich eigentlich wieder fünf Messer haben. Ist jetzt natürlich ganz unten. Oder ganz oben. Ja, ganz oben. Und wenn man hier nämlich reingeht, kann man da nämlich durchgehen. Das hat so viel gesagt wie, das war eng. Aber bevor ich hier weitergehe, muss ich erstmal etwas anderes machen. Man kann sich jetzt wahrscheinlich schon denken, was und sowas, äh, wie das Energie aufladen. Denn der nächste Bereich ist nicht allzu einfach. Nicht so einfach wie die Characke. War ja total easy eigentlich. Das ist das. Man braucht nur die richtige Taktik. Ich muss ja auch erst rauskriegen, dass wenn man sich um den Gegner herumdreht, also sprich, wenn der genau vor einem ist, man dreht sich zur Seite, dann schlägt der daneben. Der bleibt aber trotzdem noch bei einem im Bild und man kann auf ihn draufhauen. Das ist schon sehr praktisch, das zu wissen. Ja, die Schwert- und Hammer-Kommi ist richtig effektiv. Naja, es vergiftet. Das macht aber nichts. Man merkt, dass ich das schon öfter gespielt habe. Aber ich habe jetzt quasi immer quasi einen Tag versteigen lassen, bevor ich weitergespielt habe. Weil sonst, äh, ja. Wenn die Aufnahme nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, das da ist, genau. Also wenn die Aufnahme nicht klappt, sollte man die nicht direkt nochmal neu versuchen. Oder das bringt bei mir zumindest nichts, weil ich richtig genervt bin. Und dann versuchen, einen Teil apart aufzunehmen, das wird gar nichts. Aber man sieht jetzt auch demnächst, wenn ich da quasi weitergehe, auch ein neues Grafikset. Da hier. Da hier. Da runter. Ich kann das schon auswendig. Das war nur jetzt dieses Problem, dass ich immer, wenn ich versucht habe, einen Part aufzunehmen, dass es für Rekt nicht geklappt hat. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Aber wenn nicht, dann fluche ich wahrscheinlich wie ein Rohrspatz. Das ist der Grund, warum dieser Part wahrscheinlich etwas kürzer werden könnte. Nicht, dass er sich für heute. Ich weiß nicht, dass er sich nicht mehr hat. Maslow Ich weiß, dass ich da einfach durchgehen kann, weil da kommt nix. Also, unser Zwergengefährte hat gesagt, bevor eingefangen wurde, hat sie den Schlüssel zu dieser Tür gefunden. Was für ein komischer Zufall. Liegt da noch was? Ich weiß, ich glaub im Kreise, aber... Schild, nein, das ist ja bloß aus. Ist das der Vorteil, man weiß, was man tun muss denn hier? Ich komm da nicht durch. Da ist ein Podest, was könnte da wohl drauf kommen? So. Diese Drachenstatue, das setzt man da drauf. Genau, hier ist der geheime Pfad und dahinter die Underlands. Genau. Echt? Ja. hier gerade gesagt sagte hier müsste eigentlich nichts sein oder es gibt bei den von den zwergen keine aufteilung und hier sieht man nicht als schagermine hier ist ein flugviech man könnte es töten aber das hat dann den selben effekt wie bei zelda zum beispiel wenn man ein hähnchen killt die hauen gut rein deswegen hasse ich die viecher aber dass einen stein noch eins stein hier haben wir eine truhe mit der brandbombe noch eine brandbombe noch eine brandbombe und das war eigentlich alles nein genau dieses gut riechende kraut es ist quasi eine bessere halbpflanze und hier liegt eine textrolle ja also stülle diese rune bremst die aktion des gegners sprich jetzt schaue ich doch mal das könnte im level noch praktisch sein das könnte sehr praktisch werden ich weiß noch nicht wie gut es funktioniert deswegen werde ich es einfach mal ausprobieren ausprobieren ach genau da kam wir hier das viech das ist aber absolut sinnfrei das jetzt anzugreifen ich laufe ich laufe mal ganz zur seite ich laufe mal ganz zur seite ein tagpfeil stein eine münze hier haben wir schon viele ich glaube das ist die zweite oder dritte ja da ist eine falle wo wenn man durchgeht kriegt man schaden ich weiß es ist ein bisschen lame aber praktisch denn spät im spiel braucht man sich ja noch die pfeile denn spät im spiel braucht man sich ja noch die pfeile das ist eigentlich gar nicht so unpraktisch das ist eigentlich gar nicht so unpraktisch mei wie viele pfeile hat denn das wenn das eine unendliche quelle an pfeilen ist dann das ist ziemlich cool hat das so ein geräusch das ist mir noch nie aufgefallen genau da kommt mir jetzt glaube ich eine recht lustige stelle wenn ich mich recht entsinne lustig im sinn von sarkastisch lustig so genau ich will was ausprobieren das ist wie man da stehen bleibt tatsächlich richtig ne jetzt war der falsche knopf ich kalkuliere es mal ein als story mäßige sequenz was finde ich was für lustiges wie ich genau man kann ich da raus gehen quasi mal hier aber eine äh nein oder da oder da egal man kann da wieder raus also sprich nicht stimmt da gab es noch eine andere pfeiltür irgendwo ja da liegen ganz schön viele toten schäder rum ja da liegen ganz schön viele toten schäder rum ja und da ist schon mal die wieder die erde zusammen gebrochen die haben wir eine ähm ich versuche gerade das deutsche worte auswählen eine spitzhacke ich wollte gerade sagen pickaxe ja ich glaube ich habe zu viel minecraft gespielt ist gut geeignet als waffe aber ähm das ist gut wenn man unhandlich da man dafür beide hände braucht ja man kann das so oder so wegkauen ja das sind so manchmal so dinge die übersieht man recht leicht ja das war gerade mal ein grafik ding ich glaube da ist auch wieder etwas was mir leben entziehen könnte was soll das bringen okay ja 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 man sieht sie wie komplett schlossen ja es gibt neue gegner ab natürlich in dem bereich zum beispiel zum beispiel gewisse pflanzen die ein signal ausgebuddert ein bisschen mehr gegner kommen das schläft was uns heißt schlafende hunde soll man nicht wecken aber für immerhin ausnahme das ist so Das ist schon irre. Das ist so wie ein unbesiegbarer Gegner. Das ist total komisch. Das ist quasi... Wahrscheinlich ist es so gedacht, dass man quasi den nicht begissigen kann. Weil wenn man schon außerhalb seiner Reichweite ist... Ich glaube, ich lasse das so langsam ein bisschen blöd. Ähm... Hm... Ja, ich weiß. Ach Mist, ich vergaß. Egal. Doch, man kann ja hier zurückköpfeln. Mai, 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 mai. Amerikanische Tastatur. So. Ja, da habe ich nämlich schon diesen kompletten Bereich quasi erschlossen. Was schon ziemlich, ziemlich praktisch ist. Ich habe nicht gedacht, da gibt es noch einen relativen Ausgang. Ich bin gerade um. Ja, das stimmt, du Steine. Ich weiß, dass doch hier... Hier war doch irgendwas. Nö, das ist tatsächlich bloß. Ich habe da... Dann habe ich jetzt bitte mit etwas anderem gewechselt. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Das sind so Sachen, die einem erst so beim zweiten oder dritten Spielen auffallen. Muss immer schauen, weil teilweise bricht das hier random mäßig runter. Das ist also nicht direkt gescriptet, sondern... Gut, hier ist der Weg blockiert. Den kannst du auch... Kann man anscheinend nicht frei machen. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde das jetzt speichern. So. Dann nehme ich hier mal Vorteile. Dann werde ich diesen Part beenden. Schauen, ob die Aufnahme funktioniert hat. Dann werde ich off-screen eigentlich bloß kurz Backtracking machen. Und... Energie quasi auffüllen. Und dann werde ich hier an dieser Stelle quasi weiterspielen. Im nächsten Teil. Den Teil werde ich aber wahrscheinlich ziemlich gleich aufnehmen. Wenn das jetzt funktioniert hat. Ich sage das, was ich jetzt an dieser Stelle immer sage. Wenn es gefallen hat, bitte abonnieren, kommentieren. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dass das sehleitungen nicht veraliens und so einfach nicht mehr.